Moin Moin, mein Name ist Dr. Reinhard Goi, Doc Goi und herzlich willkommen zum online-kongress.eu, zum hunde-doc.eu und zum katzen-doc.de. Immer aktuelle Informationen von mir, von meinen Interviewpartnern und von besonderen Experten auf ihrem Gebiet. Viel Spaß und viel Erfolg, Ihr Dr. Goi. Du hast das aber gesagt, 50 plus ist eher für den Rechner. Und das ist auch die größte Tierbesitzer-Zielgruppe. Die meisten entscheiden sich, ab diesem Alter wirklich auch ein Haustier zu haben. Und deswegen haben wir Desktop. Und ich kann das gerne demonstrieren. Dann können wir diesen Bildschirm mal teilen. Ich gucke, dass ich das hier vorher vorbereite. Eine kurze Demonstration, wie das aussieht. Wir haben uns eingeläubt, wir können uns über Google, Facebook oder einfach über eine E-Mail-Adresse registrieren. Und da, wo man ist, sucht automatisch die Plattform im Umkreis von 50 km nach passenden Dienste in meinem Umkreis.